An dieser Stelle wollen wir nochmals unsere Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Inge Hannemann, Lars Niggemeier und Martin Fischer habe ich gefragt, was ihre eigentliche Kritik an Hartz IV ist und welche Wünsche sie damit verbinden. Was könnte man aus ihrer Sicht besser, leichter oder effizienter machen? Sollte man bestehende Systeme reformieren, modifizieren oder gibt es Alternativen?